Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Video am Heiligabend 2021. Wir öffnen heute das Türchen vom Adventskalender und in der Regel ist es ja auch etwas größer. Wir müssen erst mal sehen, wie wir es aufkriegen. Und dann kommt ein Weihnachtsmann zum Vorschein am Niedel-Adventskalender. Vor allem erst ein Tegu-Adventskalender. Da sind die Türchen aber etwas größer. Da kommt ein Engel zum Vorschein beim Aldi-Adventskalender. Das sind natürlich die dünnen Auge, dass mir eben eine Panne passiert, das will schon jeder. Und da kommt ebenso ein Engel zum Vorschein. Sprich, beim zweiten Tegu-Adventskalender kommt der dritte Engel. Und das ist tatsächlich der Fall. Dann sage ich mal frohe Weihnachten euch allen und bitte liked das Video und lasst ein Abo da. Bleibt gesund!